Hallo und Willkommen zu ARK Survival Evolved. Ein kleines neues Let's Play von der Dame da und mir. Das war die Luft. Nein, ich hab dich getroffen. Nein. Doch. Bei mir nicht. So, und zwar spielen wir auf Shigo Island. Mal was anderes als immer nur Ragnarok, The Island. Aberration. Wieder was Neues entdecken. Achso, weil sie mich ja nicht nennt. Ich bin die Sandy Moonlight. Ja. Die ist so gemein. Ach, dich kennt man doch schon. Nein. Wenn man jemanden kennt, dann dich. Ich bin immer wieder neu. Achso, mein Bursch. Immer wieder mit Paar Wolke waschen. Warte mal, ich lade mal eben nen Stamm ein. Nein. Doch, komm her. Nein. Weg da, das ist mein Bursch. Zack. So. Ich hätte ab... Oh Mann. Alte Salatgurke. Was hast du jetzt vor? Wird's jetzt erstmal irgendwo hier bauen, oder? Ich wollte jetzt hier bauen, genau. Dachte ich mir jetzt auf jeden Fall so ein bisschen, dass wir hier bauen könnten. Und... Ich hatte ja vorhin ein bisschen Zeit, ich konnte ja schon ein bisschen leveln. Hihihi. Äh. Tö. Oh, ich kann zwei Foundation machen, das ist süß. Super. Süß, ne? Irgendwie hüpft meine Maus heute total. Ab und zu mal. Oh, Entschuldigung, hab ich auf jeden Fall auch mal. So. Da hab ich ein bisschen was gemacht. Ach, hier, das kann ich auch noch machen. Du, du, du. Okay, ich hab zumindest schon mal ne Oberteile und nen Hut. Ich hatte vorhin auch mal alles, aber dann irgendwie nicht mehr. Oh nein! Egal. Ich brauch keine Base. Ich brauch das hier. Ich will das haben. Was hast du gefunden? Einen pinken Dodo. Ach du Scheiße. Du hast hier jetzt nicht ernsthaft umgehauen, oder? Ja, doch. Warum? Ich hab was wirklich für einen pinken Dodo. Äh, meine Maus. Äh. Nein, nicht das Fleisch. Das Lächer. Weg. Weg von meinem Dodo. Jetzt hab ich das Holz da reingelegt. Passiert was, wenn man da einmal draufhaut? Ja, der stirbt. Dann lass es. Echt? Dann krepierst du. Sag's dir. Oh, der ist pink. Na und? Das ist halt blau. Nein. Ja, das ist nur die, das ist ein Mädchen. Passt ja. Der Name passt auch nur Level 8. Ja. Passt auch. Der Name passt auch. Komm mit. Oh Gott. Ja. Wo ist der Brain? Ja. Gibt's nicht. Ausverkauft. Pinky und der Brain. Nein. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Hör auf zu meckern. Hör auf zu quatschen. Bist du eigentlich, du gackernes Huhn? Ja. Und pass mich. Wollt grad sagen, was läuft denn da hinten? Kannst du schon leveln? Nein. Achso, ich würd mich ja auch, ich würd mir jetzt ja auch mal eins hier machen. Weil ich bin ja immer... Flubidubdu, flubidubdu. Mh. 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 Ich brauch Stein. Brauch Leben. Haha. Wie schön sie da sammelt. Flub, flub, flub. Brauch zu pfeifen. Hörn-Schweinchen. Semen. Knöppeln. Was hat's denn für'n Level? Auch 104, wie süß. Ahhh. Hahaha. Ist einfach umgerannt. Ja, ich weiß. Ich hab's ja auch extra auf den Po gehauen. Hose? Das ist jetzt ein zarter Schinken. Ich hab jetzt ne Tür. Du hast ne Tür. Wow. Möchtest du da für'n Keks? Hihihi. Eine Tür. Zwei Türen. Zehn Türen. So. Türen. Äh. Ich wollt' jetzt von der schon was machen. Ich kann dieses Settler-Zeug schon lernen, ne? Was für'n Ding? Das ist Holz. Oder warum denn? Ja, ich auch. Aber das will ich jetzt noch nicht. Wir fangen jetzt gaaaanz normal an. Wir arbeiten uns hoch. Okay. Yay, ich hab schon mehr Level A. nochmal leben. Hä? Ich kann ein schräges Dach bauen. Wo ist das andere? Weg. Also nicht wundern, wir können hier alles lernen. Deswegen schalte ich auch direkt immer gleich alles frei. Dann hab ich nachher was mit diesen ganzen n-gramms lernen. Äh, jetzt mal. Jetzt mal ohne Mist. Wo ist das andere? Ich hab nur das linke. Verkauft. Bei Ebay. Verkauft. Weiß ich doch nicht. Vielleicht ein... Eins für jede Seite. Hä? Die waren doch... Die waren doch zusammen. Also nicht jetzt eins auf Level für... Achso, die waren zusammen. Okay, das war mal Pärchen. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Witz, komm raus. Geht nicht türklemmt. Nee, er war flach. War ein Schenkelspreizer. Flach war der auf jeden Fall. Ja. Zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Da liegt was totes. Das bin ich. Der ist wieder voll inkrepiert hier vorne. Und da wollte ich jetzt unbedingt die Base erstmal hinbauen. Deswegen... Oh nein, jetzt wird's Nacht. Und wir haben keine Leuchttiere. Nö. Das heißt, wir werden nichts sehen. Ein Doppel können Gamma anmachen, ne? Ja. Dann Gamma war eine Runde rum. Was brauche ich denn für Stroh? Oh, alles. Was brauche ich denn für Stroh? Stroh? Achso, ich wollte gleich freischalten. Also, bei mir ist viel freischalten heute. Ähm... Warum klopp' ich immer noch mit der Hand? Weiß ich nicht. Entschuldigung. Rattöpsen will. Ähm... Ich mach mir das ganz einfach. Ich bin ja hier... Ey, komm. Da runter. Dahin. Hihihi. Was fehlt mir? Fasern! Also, ich bin echt ein Highspeed-Mensch gerade. Das Spiel meint, ich bin zu schwer. Ja. Ich mach jetzt schon mal Gamma... nicht... Gamma 3. Also, jetzt wird's ein bisschen hell. So. Aber dann sieht man den Fliegel aus. Über uns ist natürlich schlecht der Whitewood. Mit ganz großen Pilzen hab ich schon gesehen. Ja, die sieht man von hier unten. Fliegenpilze. Ähm... Die ganze Karte werden wir uns nach und nach dann ansehen. Aber wie es halt immer erst so ist, dass ich immer erst ne Base brauche. Du kommst total abgehackt darüber. Ach, dann... Bei dir? Hm. Echt? Bei mir ist alles... Okidoki. So... Na... Komm, was war das denn jetzt? Komm... Komm... Hast du den Bären denn hier gefunden, oder was? Ja. Ha... 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 Komm, haben wir nen Dodo. Kommt's hier an? Ha... 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 Boah... Das ist schön. Wir haben immer mal was zu essen. Ha... Dodo-Eier. Ach so, ich dachte, den Dodo. Ha... Nein! Lass... Mein Dodo. Aber so fängt Arkt mit mir an. Kaum ist man auf dem Server irgendwo... Boah... Dodo oder was? Schlepp ich auch noch an. Hier diese... Lystro-Dinger? Ja. Obwohl letztes Mal... Letztes machst du ein Lystrosaurus angeschleppt, da war ich mal unschuldig. Der erste Mal in mein Leben, dass ich unschuldig war. Ja... Mit... Dinos-Themen. Wir haben auch einige kleine Mods. Was haben wir noch mal drauf? Äh... Ozocraft. Mini-Industrial Forge. Wie man hier sieht die, ähm... Ne Castle-Mod. Binon-Glas. Ist das richtig? Mhm. Und ne Stacked-Mod. Ja. Aber ohne Stacked-Mod geht gar nichts. Ne. Wir haben eine Zeit lang komplett ohne Mods gespielt, aber man hat immer gemerkt, fehlt was. Was? Wie ihr seht, ab Level 15 kann man die Lelarus... Wobei, so zwischendurch mal ohne Mods ist auch nicht schlecht. Ne, zwischendurch, dass... Oder wenn mit Mods mit wenigen, so wie wir halt haben. Halt die Klappe. Ja. Lass meinen Dodo in Ruhe, mach den nicht blöd an. Au. Mein Dodo hat dir nichts getan. Hier ist Plätzarm. Äh, nein. Lass das. Ja, ich hab schon mal die Frechheit mir herausgenommen aus Holz. Ich hab's gesehen. Ja, tut mir nicht leid. Aber ich kann auch leveln. Vielleicht kann ich auch direkt schon mal aus Holz bauen. Ja, ist ja ein direkt besser, wenn wir jetzt das dann aus Holz weiter hoch sind, als... Großartig noch zu warten. Und erstmal eine komplette Hütte da aus... So, mal gucken. Bola auf jeden Fall. Zement. Schießpulver. Bogen. Huch. Pfeile. Lernst du nicht direkt alles? Äh, ich brauch noch ein Level für Holz. Oh. Nein, ich lerne nicht immer direkt alles, weil ich sonst, äh, in meinem Inventar bei Herstellung nur ein Durcheinander hab. Dann lerne ich lieber wirklich die Sachen, wo ich weiß, sie brauch ich. Ist mir egal. So, da hab ich das Level doch schon. Da bislang schon mal hoch. Guck mal. Es ist irgendwie immer dunkler, Knast, denn... Also ich hoffe, dass das dann für Google-Typ nicht zu dunkel ist. So. Ja, ich mach auch mal Gamma an. Grau. Aber du hattest gar kein Gamma bis jetzt an. Ich hab übrigens Gamma 3 schon an. Nee. Da hinten ist ein Spooky. Das ist dein Job. Wo? Da vorne. Nee, ich sterb da immer. Ich hab mir das jetzt nicht. Ach du, das bist gar nicht du, das ist der Dodo. Ich rede mit dem Dodo! Sag mal! Sag mal, mach dich mal den Dodo an! Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ja. Lass mein Dodo in Ruhe. Das Beste ist, der Gang hat sich an, oder was? Du redest weiter mit dem Dodo. Weil ich ja auch Pinky heiße, Leute. Nein, ich hab nur grüne Schrift gesehen. Oh, ne Klau... ne Klauolle. Hier, irgendwo ist ne Klauolle. Mach's weg. Blöden Klaumöwen. Nein, ich hab's nur grad gehört. So, ähm... Okay. Wenn wir... Es ist leider immer so, es fängt meistens wirklich immer in Ark an mit... Bauen... Und und und. Sterben. Bauen und sterben. Abwechslung. Einige Sachen werden davon nie in unserer Base ver... Bitte was? Von den Sachen, die man bauen kann. Ja. Davon rede ich grade. Was ist damit? Die werden nie in unserer Base verwendet. Komm Pinky. Rein hier. Was denn? Was denn zum Beispiel? Die Lebendinger. Ach so. Ja, ach so. Ja. Ach so. Ja. Ich muss mal was essen. Wir sind aktuell Vegetarier. Bei uns gibt es nur... Bären. Das ist schon traurig genug. Ich hab Fleisch im Inventar. So ist es nicht. Ich auch gleich. Wieso? Nein, das war doch in Ruhe. Weil die Pinky trötest, ne? Dann ist es ja was. Pinky ist jetzt unser... Markkottchen. Mhm. 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 Sag mal! Ja? Bitte? Ich trau Vinci echt null über den Weg, Leute. Die will Pinky töten. Hehehe. Pass auf, bis sie dir im Schlaf aufm Kopf AA macht. Eh. Wenn du grad mal nicht hinguckst. Ich gucke immer hin. Ich hab hinten auch Augen. Guckääh! gewicht oh ja jetzt kommen die guten sachen gott ich bin schon level 20 geht das wieder zum anfang schnell und später wenn man die ganzen level haben möchte dann dauert so ewigkeiten bis man voran schmelze bergbank dem rest meiner her mal außerhalb von der aufnahme erstmals wichtig wo ist mein dodo wo ist mein dodo hallo ja wo ist mein doch malo komm her zu mir komm mit wenn man hier nicht aufpasst den schießkund damit der dino einfach die macht doch gar nichts die ist stubenrein stubenrein ja das war sie nicht das warst du oder was das macht es nicht besser das warst du das mein dodo in ruhe natürlich regnet es jetzt wieder also irgendwie ist die nacht sehr dunkel ja auch mit gamma noch ja ich glaube ist nicht gut zum aufnehmen nach hier ich habe gedacht das wäre schon auf das ist auch sehr dunkel ich renne jetzt nicht für jede einzelne wand runter ich glaube ich mehr tragen könnte ja ich kann aber hey man kriegt wenig genug zu essen auch mal länger drauf halten ja weil du fasern brauchst ja dafür gibt es ja auch den ein oder anderen dino aber hier keine ahnung wo wir deswegen das ist jetzt wenigstens mal was gutes weil man hat sich vorher nicht anfixen lassen durch andere youtuber sondern man kann immer noch selbst zu decken wir haben uns zwar mit der karte anfixen lassen von einigen leute und auch direkt von dem karten ersteller aber ja bis jetzt sehr regnerisch jetzt hast du da ja schon mann hör auf hier zu bauen reiß die wand da wieder ab ach ich baue uns jetzt ein terrasser auf meiner leiche ich will nicht einfach nur so aus dem haus kommt dann blubst du strand mir ist das auch schon mal aufgefallen unsere baden zum anfang sehen mal aus wie so ein kass weiß und später wenn man richtig anfängt umzubauen dann ist das immer was nicht schönes nein denn dann sehen die besser aus juhu woher unter woher woher so will ich das haben ja ich glaube so ich habe zwei von station über oder oder und nicht ähm leben und ausdauer erst mal gucken kann man jetzt irgendwas wichtiges leveln narkosefeile fallschirme ja stein und felsrüstung so außer ich wollte jetzt ja auch was neues bauen äh die decken kann ich die schon mal machen äh ja ich baue jetzt noch ne reihe wände oben drauf ja guck mal der sonnenaufgang schön er war heftig rot ja ich mach mal gamma aus naja ich schreib gamma grad mit doppelt n anstatt mit m oh machts auch nicht besser oh wie schön ich muss davon jetzt n screenshot machen kling so das sieht so schön aus oh hier das wasser oh hier guckt mal hier spiegelt ne muschel ganz dolle oh ne das ist der strand kling 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 was lass doch das schweinchen in ruhe na das hat dir doch nichts getan das soll noch eins und das hab ich bis jetzt noch nicht geschlagen ich schlag nur das 104er was ist das so ein schön level he he ich will das auch hauen was war ich das nein gib mein dodo ahne du hast einen distorsaurus ich dachte schon wieder ich hab mir ja schon wieder meinen dodo geklaut ja ich muss auf pinky aufpassen tut mir leid ich nenne ihn wufi wie nennst du den wufi 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 los bring den kleinen kacker rein neo gla fern guck guck es geht um dein leben es geht um dein leben der hat nur so kurze beine man und der grunst ja es ist ein hundeschwein ein schweinehund guck mal da kommt er nicht hoch weil er zu dick ist scheiße kommt so einer jetzt schneller lässt du ihn in ruhe warum guckst du eigentlich durch die wand fräulein dafür schmeißt du deine tiere durch die gegend und das kann man wirklich aufnehmen was hältst du vom folgenden ende machen und in der nächsten weitermachen ist schon so weit ja ich bin ehrlich ich habe mir gar kein timer gestellt ich verlasse mich da auf dich ja dann komm her zu gemeinsam abmoderieren glauben ja okay wir moderieren kann ich kann schon baum wo bist du hier hinterher kommen zum roten strand keine sorge die hat nichts genommen dies immer so na und ich freu mich halt was muss ich entdecken komm neben mich los schön machst du das bis zum nächsten mal binchi sagt ja nichts doch ich hab nur ein screenshot gemacht ach so genau bis zur nächsten folge bis dann tschüss bis dann 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 bis